Musik Hallo ihr alle in Rackland. VCB Rack hat nun ein Forum außerhalb von Facebook. Dieses hat zwar die Genehmigung von Andrew Belt, den Namen VCB zu verwenden, ist aber dennoch inoffiziell. Ich denke, dass es ein Kennzeichen für Beliebtheit ist, wenn sich Sekundärforen bilden. Spannend wird es auf jeden Fall zu beobachten, wie viele der 15.739 Mitglieder sich in diesem neuen Forum anmelden. Denn letztendlich geht es Forumsgründer James Tibbetts darum, ein von Facebook unabhängiges Forum zu schaffen. Ich habe mich jedenfalls angemeldet und wünsche James viel Erfolg. Und nun zu den Nachrichten. Neues von Entwicklern und weitere Neuigkeiten. Für etwas Verwirrung sorgte eine Ankündigung von Andrew Belt, dass es nach der Veröffentlichung von Rack 2.0 eine kostenpflichtige VST-Version geben wird und die Unterstützung von Bridge eingestellt wird. Mittlerweile wurde klargestellt, dass VCB Rack weiterhin Freeware bleiben wird und die VST-Variante optional und ein neues Produkt ist. AS Modules hat für seine kostenpflichtigen Module der Reihe AS Seek & Tools einen weißen Skin veröffentlicht. Vom 9. bis 11.5.2019 findet in Berlin die Superbooth eine Messe für Synthesizer und speziell modulare Systeme statt. Omri Cohen hat vorgeschlagen, dass wir uns dort treffen könnten, um etwas miteinander zu trinken. Wir würden uns über jeden freuen, der dazustößt. Bis Ende des Monats sind die Tickets auch noch vergünstigt. Wie angekündigt, hat Bandic Road alias Upload das Album Winter Soystis Drone auf Bandcamp veröffentlicht. Darauf befinden sich 18 Künstler mit Drones in B, die mittels VCB Rack erstellt wurden. Die Spieldauer ist über 5 Stunden. Neue Module NISTI hat innerhalb einer Woche wieder mehrere Versionen veröffentlicht und ist nun bei 0.6.35. Neu hinzugekommen sind Dual Pulser, Dual 5 Steps, Dual Envelope und Dual RAND. Alles Module, die auf dem Bookla 208 basieren. Außerdem noch das Mystery-Modul Bohingler, für welches es eine Challenge gibt, aber dazu später mehr. Elegance hat Version 0.6.5 veröffentlicht und neu ist das Modul Hovered Value, welches den Wert von Parametern beim Überfahren mit der Maus anzeigt. Herausforderungen Edition 22 der Very Cool Patch Challenge ist wieder einmal eine Special Edition ohne vorgegebenes Modul. Die Herausforderung besteht dieses Mal darin, nur externe Tonquellen oder Samples zu verwenden. Dazu kann ein Sampler-Modul verwendet werden oder externes Audio über die Bridge zu VCB Rack gesendet. Dann kann VCB Rack auch für Effekte und optional als Sequencer eingesetzt werden. Beiträge können bis 31.12.2018 um Mitternacht eingereicht werden und eine neue Herausforderung wird am 01.01.2019 bekannt gegeben. In Edition 21 war das zu verwendende Modul Splash von South Pole Parasites im Two Drunks Modus. Die Beiträge sind in einer Playlist zusammengefasst. Educational Patch Contest No. 1 Produziere ein kreatives Patch mit YouTube-Video, Tutorial-Video oder Beschreibung für Nistis Bohingler bis zum 1. Januar 2019. Beiträge können bis Mitternacht eingereicht werden. Danach findet eine Abstimmung statt. Den Gewinner erwartet ewiger Ruhm und er wird weithin als VCV Master bekannt sein. Mehr Informationen unter dem entsprechenden Link. Videos der Woche Das letzte Video findet ihr unter dem entsprechenden Link. Omri Cohen Piano Roll in VCV Rack Und 4 Ways for Creating Sidechain in VCV Rack VCV Rack Ideas VCV Rack Modular Challenge 4 Days 10 Minutes a Day One Patch from Scratch Und Wult Freak VCV Rack Premium Multimode Filter Tipps und Tricks Sollte ich jemanden übersehen haben, tut es mir leid, gebt mir dann bitte Bescheid. Das waren die News of the Rack für die Woche 51 und bitte vergesst nicht die wichtigen Links unterhalb des Videos. Allen die Weihnachten feiern, wünsche ich ein frohes Fest und allen anderen eine schöne Zeit, bis wir uns wiederhören. Nächsten Montag geht's weiter mit einer neuen Folge. Bis dahin, alles Gute und Servus.